Hallo mein Freund, eine ganz wichtige Info, geh bitte auf den Link unten in der Beschreibung. Das ist ein Link zur bremischen Bürgerschaft, dem Landtag des Landes Bremen. Dort gibt es eine Petition gegen anti-jesidischen Rassismus. Wir haben das Problem, dass selbst in deutschen Schulbüchern, in dem Fall das Buch Tim Thaler, Jesiden als Teufelsanbieter bezeichnet werden, was kompletter Quatsch ist, denn im Jesidentum wird die Figur des Teufels abgelehnt. Man kennt dort den Teufel nicht, weil man der Auffassung ist, dass die Figur des Teufels die Allmacht Gottes einschränken würde. Also eine wunderschöne Religion, die leider immer wieder diffamiert wird, zuletzt auch durch die Terrorgruppe Islamischer Staat. Lies dir die Petition gerne durch, setz deine Unterschrift drunter. Deine Daten sind absolut sicher, das ist ja offiziell ein Landtag. Dort die Daten werden auch nicht weitergegeben. Und jeder in Deutschland kann unterschreiben. Vielen Dank.